Das neue Let's Play, Hurdler. Es gibt hier ein paar verschiedene Figuren, Stelzen, Tonnen, Bananenschalen, Fliegende Minen und die Mauern. Und aus irgendeinem Grund kommt nur der Sound und nicht diese Stimme, die mal so legendär sagt. Na ja, also, dann wollen wir mal sehen wie gut ich bin. Das hat mich gerade echt angekotzt, als es nicht aufgenommen hat. Okay, das ist ja noch leicht. Einfach hoch, runter, hoch, runter. Man steuert mit den Pfeilkreuzen. Ach ja, man kann ja einen kurzen Sprung machen. Ich werde euch das Spiel für den Download, das kann man nicht einfach so runterladen, in die Beschreibung tun. Damit ihr das auch mal suchteln könnt. Und vielleicht wollt ihr mich mal herausfordern in dem Spiel. Es wird nicht sehr schwer sein, mich zu besiegen. Jedenfalls wenn man genug suchtelt. Bis jetzt läuft ja alles schön glatt. Und das eine fliegende Grille. Wenn man die berührt, ist man gefickt. Das ist richtig scheiße. Die hat mich bei einer letzten Aufnahme irgendwie viermal angegriffen. Oder es viermal aufgetaucht und ich habe alle viermal berührt. Wenn man bis zum Ende rausläuft, also die Figur läuft von selber. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Dann hat man ein Problem, weil die dann gegen den... Gegen die... Scheiße! Gegen die Wand läuft. Es ist echt mal ne schöne Hintergrundmusik und es hakt grad wie Sau. Und es kotzt mich grad irgendwie voll an wegen der Musik. Weil die eigentlich... Wegen den Geräuschen, weil das ja eigentlich ganz cool ist. Ja. Bisschen unlogisch, wie er im Ballon berührt hat, aber was soll man machen. Außer die Entwickler verklagen, weil er es scheiße gemacht hat. Ja. Sind wir jetzt schon einmal gestorben? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Oder aufgepasst. Und ich hoffe, dass nicht nochmal so eine Grille auftaucht. Das wäre nämlich richtig assig. Also nach jedem Level, das man geschafft hat, kriegt man ein Leben dazu. Das heißt, dass man es... Oh Gott! Diese Framerate! Ah! Nur wegen der! Was mit dem Spiel los ist, wüsste ich gern. Ich hoffe mal, dass es jetzt... Ah, schön! Jetzt läuft es wieder schön flüssig. Kennt ihr mal Bubble Tanks? Das könnt ihr auch let's playen. Flash Games zu let's playen allgemein wäre ja auch mal ne gute Idee, oder? Ich glaube, das mache ich. Der Flash Game Tester Nummer eins. Der sich auch let's playet, damit ihr wisst, wie schön die sind. Oder wie scheiße. Das hier ist schon mal richtig geil, aber ich krieg's... Nein! Nicht gut hin. Und wieso muss das immer so haken? Hm? Bam! Ein rotes Haus, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wer stellt hier bitte eigentlich so Tonnen auf? Ist das irgendwie alles Checkerias machen? Ah, genau an der Stelle bin ich irgendwie 8000 Mal abgekackt. Was eigentlich voll ärgerlich ist, weil das eigentlich voll das leichte Level ist. Wahrscheinlich lag es daran, dass es immer so gehakt hat. Ich weiß auch überhaupt nicht, wieso das so hakt. Das ist voll mysteriös. Da sind bestimmt die Illuminaten dran. Habt ihr das gesehen? Nein. Das war ja richtig sozial. Also ich hab mir grad überlegt. Ich werde in jeder... Immer so eine Viertelstunde... Viertelstunden ähm... Let's Play machen, wo ich das Spiel so erstmal teste, wie das so... Im Allgemeinen eigentlich ist, damit ihr so ein... So ein... Wisst wie das ist. Ich werd's versuchen so lang zu spielen, bis ich irgendwie Game Over gehe oder... Keinen Bock mehr hab. Was wahrscheinlich meistens daran schalten will... Bescheidern wird... Dass ich Game Over gehe, weil ich nicht grad der Beste bin. Jedenfalls in dem nicht. Für Leute, die Bubble Tanks kennen, es gibt seit neuestem ne ähm... Version 3, wo man sich dann auch selber Schiffe machen kann. Was echt cool ist eigentlich. Aber... Die haben endlich mal daran gedacht, das zu Geld zu machen, weil da jetzt immer so ist. Kaufen sie sich die neuen Monster und Features alle dazu. Und dann denk ich mir nur so... Geldgeiler geht's ja nicht, in einem richtig geilen Flash-Game erstmal Geld einzubauen. Ich bin gut, ich weiß. In dem Fall werd ich so lange zocken, bis ich Game... Was ja nicht mehr sehr lang und dauern wird, dass ich Game Over gehe. Das ist ja eigentlich behindert zu sagen, dass ich Game Over gehe. Ich gehe also Spiel zu Ende. Oh man, wieso lag das so? Ich glaube, es werden so lange, während ich zocke, Viren auf meinem PC gepumpt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das war bestimmt nicht die Original-Seite. Ups. Jetzt hakt's mal nicht und dann drücke ich die falsche Taste. War ja klar. Gut. Ups. Entschuldigung. Ich bin grad ein bisschen... ...bestürzt. Maaan! Hey, wieso fallen die Tonnen nicht um? Wie unlogisch. Dabei ist er mit seinem Kopf dagegen geschmiert, eigentlich. Er fliegt ja nicht automatisch zur Seite, das wär ein bisschen... dumm. ...bam-bam. Ich bin so gut. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Das sieht man. K-L-U-K. K-L-U-K. Ich mein natürlich K-L-U-G. 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 Ah ne, da muss ich ja mit so nem Hechtsprung durch. K-L-U-G. 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 Mach schon. Ich versteh auch überhaupt nicht, was mit dem Spiel los ist. Das ist so lahm. K-L-U-G. 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 Und ich hab mich nicht mehr aus Leben, wenn das so weitergeht. K-L-U-G. Also ihr könnt bezeugen. Ich bin nicht daran schuld, dass es so hart. K-L-U-G. K-L-U-G. Das ich... failing, liegt nicht daran, dass ich schlecht bin, sondern daran, dass das Spiel scheiße zu mir ist. Das mobbt mich voll... Ah genau, hier bin ich das letzte Mal verreckt. In einer Tour. Bitaire spoke with new messaging and all people longtime like anzinha lug도. Wie mies! LE體 movement. Wie mies. Richtig assoziare das Level. Ja, sehr fair. Genau da bin ich immer auf die gleiche Art abgekackt. So, jetzt geht's weiter. Ich war gar ein bisschen abgelenkt. Bäm, jetzt aber, ja! Oh Gott! Oh Gott! Boing, habt ihr jetzt gesehen? Wusch, baff! Wie kommt man denn da rüber? So, oder? Ich sehe schon, das ist jetzt mal ein Packer. Nein, 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 nein! Unfair. Und das wird schwer zu packen sein. Bäm, abgerutscht. Wie immer an der gleichen Stelle. Es macht Spaß, aber es ist auch nervig. Hm, los! Wusch, 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 wusch. Nee! Wie soll man das packen? Okay. Damit gebe ich mich geschlagen, mein Score. Äh, ja, das war ich nicht mit Absicht. Entweder lizenzieren das, oder es gibt kein SZ. Egal. Egal. Nein, 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 nein. Jetzt öffnet sich doch kein schwules Fenster, oder arg? Ja, okay, hat es nicht. Hördler! 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 Äh, ja! Hördler! 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 Das ist nicht normal, nur damit ihr es wisst. Und damit beende ich dieses Plätz. Let's play. Ciao.